was geht leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge landwirtschaft simulator 2014 und wir werden diese folge sehen wie ich diese balle aufsammeln wir jetzt wollen dass ich das in dieser folge machen will und es mir war so dumm läuft die folge schon mal aufgenommen habt ihr was zu sehen auf nicht speichern wird das wort viel viel vorgeschritt nicht gespeichert kein problem wird ihr verpasst das nix ich war nur so dumm und muss jetzt doppelt aufnehmen nicht gespeichert ihr verpasst gar nicht und jetzt wenn wir die balle aufsammeln oh komm schon und die balle ist oben leute die erste balle und hier ist gerade wieder ein kleines problemchen oh ne mann diese dummen dem helfer alle sind so stumm ich habe total überfordert ich brauche mal echt einen neuen traktor leute ich will überlegen bald einen neuen traktor zu kaufen muss ich mal gucken ja ich kann euch noch ein thema ansprechen und zwar mein 50 abonnenten special das wird kein gewinnspiel werden weil ich möchte bei euch nicht den eindruck erwischen dass ich abo geil wäre und dann immer nur gewinnspiele machen habe ich echt keinen bock drauf dass er sagt ist das ein arschloch abo geiler dummkopf blablabla weitere schimpfbeutel habe ich mir zerspart zumindest das will ich nicht und deswegen wird aber dafür wird bei 100 abonnenten ein umso größeres gewinnspiel kommt wahrscheinlich kommt dann nämlich kann ich schon circa sagen ein 20 euro google play gutschein und ein und wahrscheinlich als großpreis also als für den zweiten und dritten vielleicht noch ein 10 euro gutschein von saturn oder so keine ahnung leute sagt jetzt nicht warum macht das denn wenn ich das wenn das video kommt hat er jetzt nicht gemacht als versprochen blablabla ich verspreche jetzt gar nicht habe ich schon mal circa gesagt und ja 100 abonnenten dauern aber nicht ich habe jetzt gerade mal 52 oder so ja zum 50 abonnenten special da wird ein video kommen wo ich alle videos so was da gemacht haben so so ein bisschen zusammenschneide und auch so videos so schützig haben und alles mögliche alles zusammen und ja ich hoffe dass ihr euch trotzdem darauf freut das wird aber nicht heute kommen wahrscheinlich auch nicht vielleicht wird heute kommen glaube ich war er nicht höchstwahrscheinlich heute nicht und höchstwahrscheinlich morgen nicht weil ich muss morgen werden wir noch haben morgen sehr viele termine und heute haben wir jetzt halt schon 20 uhr und ja es hat schon ein bisschen zu spät und so und ich würde was anders machen aus den ganzen videos zu scheiden und aus dem wasser hat ein freund bei mir der auch mit über pixel aufgenommen und zwar der nils das ist ziemlich viel aufwand und dann sind sie nur daneben und so deswegen wollte ich ja auch was mit dem machen und so einfach ein volk 2 von bix haben aufgenommen könnt ihr euch auch auf einmal angucken und ja deswegen kommt wahrscheinlich erst übermorgen also mittwoch muss ich mal gucken leute also spät ist würde ich sagen in drei tagen oder so so schicken wir alle wieder zur arbeit hier so der macht weiter der kann auch weitermachen 333 helfer habe ich immer so ein kritisches problem mit weil das oft so komplikationen oder wie man das auch mal ausspricht kommt oh leute wird jetzt schon ein bisschen knapp und eng und alles mögliche so helfer zur weiterarbeit das müsste jetzt klappen der mannrecht ist leider ein bisschen langsamer deswegen laufen die eh gleich wieder auf weil der kann ja dann kurz warten so ich muss auch noch sagen sims kommt heute nicht wahrscheinlich auch morgen und übermorgen nicht oh leute das tut mir echt leid sims kommt wahrscheinlich jetzt eine woche lang erstmal nicht also es kann die letzte voll kam schon vor einer woche oder so und die kommen heute boah glaub nicht mehr morgen wahrscheinlich auch nicht mehr und mittwoch dann wahrscheinlich jetzt wieder tut mir leid Leute aber ich habe seiner zeit nicht auf die reihe gekriegt und ja tut mir leid geht eigentlich anders es hat eine kurze pause bei sims ich hoffe ihr habt mich dann nicht zu böse und zu traurig und so und so weiter und so fort so sind alle unterwegs ging alles super hin freut mich für die brauchen auf jeden fall neuen traktor so das fällt auch gleich fast fertig und hier gibt es wieder probleme wenn wir uns einfach irgendein helfer entlassen soll raus irgendein helfer einfach mal raus werfen den hier zum beispiel wenn werfen wir den hier raus das ist ein k.o.t der typ ok leute kein kommentar zu so einem dummen helfer nein danke leute wenn so ein helfer auf dem richtigen bauernhof wäre Leute wenn ihr alle pleite und alles mögliche so einen dummen helfer habe ich noch nie gesehen ganz ehrlich dummes stück man so ich gucke einfach mal den hänger an wir müssen jetzt echt wenn man fällt mir sonst mal zu sehen neu sein grubbern und fällt an abmähen und jetzt ist noch strohwein aufsammeln mit zwei mit so wenig traktoren und alles ist echt immer schwer alles zu machen weil ich will es ja möglichst schnell von dann geht alles so mädrecher ist jetzt auch war bestimmt gleich voll deswegen fahr ich jetzt schon hier dran stop 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 oh ne jetzt halte ich alles auf yeah geht rein sind wir jetzt noch ziemlich wenig prozent stellen wir den hänger einfach mal wieder ab und holen uns direkt den nächsten hänger und zwar den ballen hänger und sammeln die ballen auf und jetzt kann diese scheiß aufnahmen gab wo ich am ende nicht gespeichert habe dann wären wir jetzt schon hätte ich noch heute noch sims auf sims aufnehmen können mache ich jetzt nicht mehr leute habe ich gerade schon erwähnt tut mir leid so wenn die strohme aufgesammelt hoffentlich lässt ihn ja kein helfer ja ich hätte auch den 50 abonnenten special noch mal sagen würde ich an diesem video noch mal sagen ich bedanke mich wirklich für 50 abonnenten ich habe das echt nicht erwartet dass es so schnell geht weil es sind hauptsächlich bis auf einen bis auf eine reihe sage ich jetzt mal die emergency mache sind es nur handy let's play sollte ich habe echt nicht erwartet ich freue mich echt dass wir euch so gut ankommen ein dankeschön an meine ganzen abonnenten leute ich bin ich freue mich einfach nur riesig leute für mich abonnenten sagen es zwar ein paar wenig ist auch nicht ganz so viel aber ich finde es auf jeden fall okay dafür ist mein karl ich weiß nicht auswendig wird sagen circa drei monate gerade mal ist oder so und das nur handy let's place und wir haben mich aber so netten abonnenten und ja freut mich einfach ich kann es nicht beschreiben wie glücklich ich einfach bin mit 50 abonnenten ist einfach cool ich habe schon 52 geht gut voran und ja ich habe wie gesagt 500 abonnenten zwischen machen ich hoffe dass noch zu 100 abonnenten kommt ich würde mich sehr freuen aber da bin ich echt zuversichtlich weil ja und ja es gibt alle abonnenten leute unterstützt mich echt so super ich finde das echt super hammer leute also werde ich euch schon mal im 50 abonnentenspecher nochmal ansprechen aber in diesem video auch schon mal ein riesiges dankeschön an alle 50 abonnenten die mich täglich unterstützen um genau zu sagen eigentlich sind 52 aber an die ein großes dankeschön so leute helfer ist fertig entlassen stopp 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 dann kann er mit der saatmaschine kommen und wenn und wenn und wie gesagt abgeworfen diese kleinbauer du hast einen hektar irgendwas weizen oder so geerntet habe ich gar nicht ganz gelesen leute so an dem für den heißt es wieder an die arbeit ein bisschen schräg macht er gerade super so was kann denn hier noch jemand machen strober sind alle eingesammelt alles gemacht dann fahren wir einfach mal da schon mal hinterher so dem hänger machen den mädrecher leer die folge geht ja schon fast zehn minuten randa 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 man das hat sich bei diesem hänger geht nie dran so geht ran geht ran geht ran so leute ist dran so mein recht ist eh bestimmt voll wir haben den letzten meter rohr schon draußen näher nicht oh man ich hasse mit auch mit dem dran fahren helfer nochmal wenden so zurückfahren jetzt ist der helfer schon zu alter ach komm schon leute jetzt macht der helfer irgendeine scheiße kann man sich ja nur aufregen so leute dann köpfe ich mir jetzt den helfer noch in dieser folge entleert weil das ist ja gerade der horror jetzt kommt das heck auch noch rum so das wäre geht endlich so der ist hoffentlich auch hier gut dabei ja das ist ja leute und leute in der nächsten folge so wir kriegen da noch eine aufgabe rein der maulesee mauleseesell ist mit dem karrenwasserflaschen durchgebrannt möchtest du den dorf ohne helfer die wahre zu suchen ja möchte ich aber das machen wir jetzt in der nächsten folge und nicht mehr in dieser folge und in der nächsten folge werdet ihr auch sehen wie ich die ballen zu den kühlen bringe da könnt ihr echt noch freuen da werden die kühlen mal gucken wie ich über die ballen freuen schau bis zum nächsten folge wenn es euch gefallen hat und ich bedanke mich jetzt nochmal weil ich es einfach unbeschreiblich finde und so super einfach 50 abonnenten leute ist eine tolle zahl ich freue mich riesig aber 100 abonnenten ist besser deswegen kommt das große gewinnspiel erst bei 100 abonnenten wenn es euch gefallen hat lasst dem video einen daumen nach oben da ciao leute da 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 da